Ja, ja, komischerweise, ich verstehe es halt. Gut, ich habe nur 5 Minuten Zeit auf dem Gutschehen. Dann föhme ich mal an. Ja, so, das ist awesome. Ich arbeite mit dem Springer, Alter. Ja, ja, genau. Fantastisch, aushaltig. Mir ist okay. Ja, du, Christopher, lass ab, ich nicht. Ja, erst mal die verbrauchte Luft, so. Alles aufatmen. Habt ihr alle Bierflaschen mitgemacht? Hallo. Ja, 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 ja. Ja, ja. Was? Sechs Länder in der Staaten, ich ziehe die Runde noch in Landwirtschaft. Fünf und sechs Länder in Landwirtschaft. Tja, was willst du tun? Was willst du tun? Da sitzt der David da und so... So nach dem dritten Basel genau versteckt er. Das ist so schnell. Ich halte trotzdem. Darf ich jetzt mal anfangen? Ja, fang an. Ach, zu Emra kommen wir gar nicht. Du tötest mich vorher. Ja, natürlich. Du kannst ja hier raus was aussuchen. Oder was soll ich? Mach ich das jetzt Down weg? Damit holst du dir raus, ne? Dann legt er an uns zu kommen. Da gibt es ganz klar. Dann der Messe. Mach auf euch gehen und shuffle. Dann... Everyday im Shuffle. Wacht los. Dann... Das andere wäre vorbei. Nee, calm. Das ist schon so. Nimm ich mir dann... Weißt du was? Ich würde dir jetzt aufgeben und sagen, es stinkt aber wir sind hier grad am streamen. Genau, das geht nicht. Der kann halt was er kann. 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 Mach ruhig. Die Bounds kommen ins Spiel. Dann geht der Trigger von den Bounds. Nein. Komm getappt ins Bounds. Uwe, da fragt jemand was. Uwe! 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 Alter! Ich war eben grad... Oh, Wurmcall, Wurmcall. Jetzt kommt er nervig. Uwe! 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 Ich kann das nicht mal spielen. I wish jedermostㅋㅋㅋㅋ Das hab ich dir selbstMenord gegeben. Uwe! Im Stream hier. Fighter! Duke. Uwe! Kämpf, 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 kämpf. I said... Ich töte mich selber. Ist das ok, mit nem Pakt in der dritten Runde, ohne ihn zu bezahlen? Uwe! Ich nube deine Nände. Meine einzige Fall. Und Baller. Dich abbeißen, bitte! Es ist deins, einfach, hier. Ja, dann ist halt... Ja, vergiss den nicht. Das ist so richtig. Seidwort, ja, nein? Ich hab ja den Deck auch gegen mich, wie schon. Ja, nur schon. Ich liebe das Blitz, als er stammt. So. Alles gut. Du hast doch nicht Salz, Jan. Oh nein. Hallo, Freunde. Das ist mein Sammler. Wenn mein Röcker drauf ist, ist es so... Ja, ja, ja. Ich bin auch ein Spiel. Na klar. Geh nicht davon aus, dass sie... Ja. 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 Ja, ja. Ja. Deine Mutter schwitz beim Kacken und rate Mal. Tokenz 1 0. Für dich? Für ihn? Für mich? Was spielst du denn? Tokenz 2 X. Espa. Espa? Espa. Siehst du eigentlich meine Hand, wenn ich die so halte? Nein. Das sehe ich nicht. Da gucke ich auch gar nicht hin. Das ist nichts anderes. Das ist doch gut. Das denke ich doch. Ja, ja. Ich ziehe schon mal was. Ja, ich halte. Nicht? Ich nicht. Macht's gut. Tschüss. Jetzt sehe ich mal eins, zwei. Kannst du... Da gab es ein Restart-Button, ne? Habt ihr Game 2 schon fertig? Das ist... Game 1 war fertig. Geht auch nicht. Sieht auf der Kamera viel heller aus, als es eigentlich im Gameplay ist, oder? Durch hier dieses Licht an der Sack. Nee, nee. Doch. Machtmodus schon so. Ja, Typ, ich hab keine Funktion so ewig. Was? Mit der Schnürsenkel, wenn sie... Ja, ist doch besser als Nothings. Mann, das war auch so ein Stativen bei dieser Start-Hand. Ja. Es war so schön, dass es den Tauchen hat. Nee, ganz schön. Ich hatte eben auch keinen Mana. Ja, man kann mit dem Ei auch nicht auf der Start-Hand nicht einfach machen. Nein. Wenn man nur noch ein anderes hat. Ich hatte eben auch keinen Mana. Da kommt nix zusammen, Alter. Ich hab ja schon ein Büro-Betrieb. Du hast ja einen ganz schönen Betrieb. Da war schon Büro... Von Julia musste ja grad für mich alles geben. Darum kann man überhaupt noch ein Blatt Papier ausziehen. Wir sind Büro-Betrieb. Wir haben kein Papier mehr. Kein Drucklapapier. Das verliere ich. 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 Du hast Tron komplett, ne? Ja. Tron komplett mit... Und los. Naja, ich weiß. Wer? Du? 20. Ja. Dann ist dem so. Ja. Ach Gott. Und? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Du ziehst in den Karten, du hast dann 9 auf 6, und das, wenn du es erscheint, dann halb ich die 2. Genau. Ja. Aber vorher hast du gesagt, die haben ja auch eine. Ja, wenn da ohne Ende, aber jetzt... Machen wir. Ja. Ja, dieser Chef Stone. Ja, dieser Chef Stone. Ja. 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 Ich bin mal noch auf... Von Angst zu wem. Wir haben noch Post, dann kannst du dir auch... ... wie guter... 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 ... von Olyther... ... hast du Post? Ja? ... natürlich... ... viel schafflich. Dafür muss ich jetzt mal den Storm verändern. Gut. Also ich hoffe, es reicht. Ich bin mir sicher. Welcher? Noch ein... ... welcher? Hey, Bruder, da... ... Fleischbeck? Ja. Ich freue mich, dass Sie da... ... die haben... ... gesagt... ... klar, klar, muss noch freuen. Hat er besser gesagt? Okay. Ja. ... 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 und it's technically clear. Puh. Dann du. Warte, was ich überlegen ist denn? Ja, das geht runter. Dann du. Ja, alles das. Was machst du denn? Jeder Spieler opfert alle seine farbigen Permanents. Ja, das werden die hier. Mach ich das? Ja. Puh. Damit ich den Kran gerne spiele. Danke. Nicht Geld. Und, nicht Geld. Nicht Geld. Oh, passiert. Wo ist gekommen? Wo ist gekommen? Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wieso nicht die Kranke kommen? Ja, ne? Zwei. Neugierst du? Neugierst du? Ja, ne. Ja, ne. Tja. Wahrscheinlich sind wir auch keine Ahnung. Ich glaube. Drei Leben sind auch nicht gewonnen. Ohne Freude und Schöne. Zwei. Neugierst du? Es ist ein flashback. Stoffe ist damit gut zu dir, Dingsbauch. Tja, dann muss ich schon ohne Zeit haben. Hier gebe ich die. Mit Eye auf U kann man eine Wurmkoll-Engine spielen. Kannst aber mit Eye auf U nur Plainswaple holen oder nur Artifact-Creatures. Farblose Kreaturen. Aber da wäre auch ein Emrakul drunter. Ja, aber ich muss ja jetzt was auf Feld bringen, damit ich nicht tot bin. Aber Eye auf U-Cin kostet 7. Ist noch kein... Du würdest dann Opfern. Das sind 7, das sind 6. Ja, dann musst du das tun. Oder hol dir was. Ja, das wäre doch gut. Ja, das wäre doch gut. Du hast Pech gehabt und ich hab so weit gut getrunken. Controlled. Ja, wir haben noch Besuch. Ja, wir haben noch Besuch. Und jetzt gleich mal weggefahren. Die hat sich am 5.3. Jetzt aus Stahl und American Style aus Schlauch. Abends, du rein, oder so? Ein Teil. Machen wir meistens so. Wenn ich auch ins Mude bin, hab ich mir auch gefilmt, den ich schon tausend mal gesehen habe. Und jetzt... Das habe ich früher gemacht. Da bin ich dann sobald das so machte. Buch zu, Licht aus. Boah. Wir haben auch die Final Fantasy-Bücher, die ich lesen möchte. Es gibt Final Fantasy-Bücher. Von 11 gibt es Bücher. Eine Reihe von 12 Büchern, 14 Büchern. Ich weiß nicht, wie viele mittlerweile mehr da sind. Oh ja. Ich hab schon eine ganze Reihe von den Final Fantasy-Büchern. So war das schlecht. Ist aber cool. Es sind immer 3er-Bände, die zusammen gehören. Und immer eine Story von Questen erzählen. Die du hast Christophest. Die leveln wir dann so oder so. Haben dann Training. Und du liest, dass dann halt was passiert. Und ziemlich cool gemacht eigentlich. Und dann wie die dann so Schatten dort gesiegen. Und keiner wusste, dass das einer war. Und dann so richtig verdammt. Super. Nimmst du dir eigentlich noch Sound auf? Ja, ja. Klar. Gut. Du kannst doch kein Deutsch sagen. So. So. Warte, warte. 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 So. 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 Ich winke in die Runde. Ich winke in die Runde. Thomas, mach's gut. Tschö. Du warte. So. Ja, ich... Nee, waits hier, aber ich kann nicht mehr ... Du sagst, es fällig zu gut. Das ist halt auch nicht ... Ja', wahrscheinlich ... Stimmt so? Man kann halt immer so gut haben Das ist die fieseste Nein, das ist die fieseste Sind wir fest Dann spiele ich das mit dem Spiegel Der Marcel, der guckt sich ja Gott weiß was ich was an Wir sind da am Telefon, deine Mutter Ich nicht, ich habe nichts zu sagen Hör doch, wo geht das und David, deine Mama ruft an Ja ja, der David ist hier Und so, David so, what the fuck David, wie redest du? Das ist wirklich Käse Ja 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 Er hättest erst machen sollen Boah, es kommt voll Das ist eine Steck Das ist eine Krotz Boil Dann geht all das da Was ist ein Boil? Boil, zerstörbare Inseln So ein Geschiss davon hat man nicht mal Inseln Null, ist egal Neck ist weg Naja Ähm, wie du meinst Schönen Mann Schönen Mann Schönen Mann Schönen Mann Schönen Mann Schönen Mann Nachsitzenden Mann Ich habe er noch vier Die Auf nachsitzenden Mann Und der gibt es eine Ja, ich zieh keine Nieder nach. Ich wollte mich schön haben. Ja, nicht das. Aber ihr seid mit Namen, wo ihr die gekauft habt? Was möchtest du? Nein, ich unterbinde dem Anbauern nicht, die mir eine Scheiße zu kaufen, die ich nicht gebraucht habe. Ja, das machen wir. Haben wir eine Karten auf der Welt? Alle werden es sehr traurig. Ich wollte dir so eine schlechte Idee. Das ist die. Warum? Wenn du so etwas wie eine Karte aufköstst, die jeder irgendwo braucht und du das Geld dir egal ist. Zum Beispiel köst du die ganzen Twins nach und nach auf. Und dann steigen die irgendwann und dann bist du irgendwann mit einem schlöger Sacht den Preis angeht. Aber dafür brauchst du halt Geld. Und der Assi. Ich hab schon mal irgendwie so... Ich hab schon mal gedacht, eine Karte aufzukaufen, die ganz billig ist und dann einfach nur einen künstlichen Hype drum zu erschaffen. Na gut, aber der Hype ist ja nur dann da, wenn der auch irgendwo in einem Turnierdeck da ist. Das denken dann alle Leute. Nein, alle Leute denken dann, die wird gespielt. Doch. Und damit kommt dann der... Ich hab schon mal. Ich hab schon mal dran. Hey, ich hab schon mal die Bedeutung. Und dann muss ich noch mal dran. Da geht es einfach mal an das think. Und dann muss ich noch mal drauf sein. Ich bin jeb. Und dann kann ich in der Zeit kommen. In der Zeit kommen dann rein. Und dann muss ich noch mal eine Karte noch. Und dann muss ich das einfach mal rein. Jetzt kann es jemanden. Ja, nee, nee. Keine Tritt. Ich weiß, was ich da oben drauf gelegt habe. Ja, ich bin da oben draufgelegt. Nein. Ja. Ja, ich habe jetzt mal raus. Ja, aber dann bin ich mal ein Grund und ein. Ja. Ja, das ist ja wirklich jetzt. Was geht ab jetzt? Was ist los dabei? Wollt ihr mit dir nicht rum? Ein, zwei, drei, vier, vier Mann hast du noch? Ja. 15. 15. Stimmt. Wenn du dann ziehst, ist das wohl weg. Wenn das weg macht. Ja, wahrscheinlich. Ich glaub da jetzt dran. Also wie gesagt. Oh, komm. Und? Ja. Ja. Du bist auch? Ja. 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 Ja, das ist doch ganz viele, ne? Legen wir nix hoch. Ach, du bist recht. Ich tecke den Klär. Ja. Danke. Alter, was ein Scheiß. Ja. Ah, hier, er hätte langweilig bekommen. Hat er jetzt die Spezlers noch auf der Hand und den gemahnt, von daher? Ich hätte auch das gebraucht. Was denn dann? Speziell das. Das wäre gut. Uwe, 2-1 für mich. 2-1. Nein, nein, 2-0. Detentions für Uwe. Ja, cool. Hast du da mit Nashville cool abrufen wir auch? Nein, das wäre ja was. Ja? Ach stimmt, Target Player, ne? Ja. Aber diese Hand zu halten im Drittenspiel gerade war mehr als so. Das muss ich mal ganz eindeutig sagen. Ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Vielen Dank für's Zuschauen.